Schau dem Andi, jetzt macht er uns Scharf. Was soll denn das? Seid doch einen Augenblick ernst und lächelt! Wie steht er denn überhaupt da? Locker, ganz leicht, locker. Tja, so ist es schön. Achtung! Nicht wackeln, ich zähle. 21, 22. Dankeschön. Witteschön. Sind wir auch schön hineingekommen? Ich hoffe, ja. Was ist das für Hütchen? Wer ist der Verschlussdecker, Finn? Muss Hütchen sein drauf bei Aufnahme? Nein. Nein, natürlich nicht. Barabara. Das kommt davon. Ihr macht einen völlig nervös. Komm, Peruschka. Moment, du wartet doch. Ich renn's doch nicht so. Wir bleiben doch mal stehen. Ich kann doch nicht so schnell. Ich hab doch noch den Apparat hier. Wir bleiben doch nicht so schnell. Und ich... Wirst du mir wiederholen einen Trauben? Weißt du, so wie damals hast du mir hast gekusst? Schau mal einer an. Ja, du, das ist so eine ungarische Sitte. Aha. Ja. Ja. Danke schön. Möchtest du auch? Danke, nein. Und jetzt, wir müssen rüdern auf Balaton. Hat Andy mir erzählt, dass er nicht so gute Rüder wird. Bist du müde, Andy? Soll ich dich ablösen? Nein, nein, ich bin nicht müde. Ist hier nur so verdammt heiß. Wollen wir baden? Wir haben noch zwei Stunden Zeit. Hab ich nicht Badekleid in Schultasche. Nur Rechnungsbuch. Da bin ich besser dran. Aber Greta, du kannst dich doch hier nicht einfach so... Ah, ein süßes Badeanzug. Wovon mir Andy vorgelesen auf Karte. Ein nur so vieles wäre es. Das war so vieles wäre, wenn du da bist. Ja, du kannst dich doch auch raus. Untertitelung des ZDF, 2020